Hallo zusammen, mein Name ist Noah, das ist mein Unterstift der Ethnic. Wir sind Kunststofftechnologen bei Georg Rutz. Wir erzählen euch heute, wie wir aus dem hier ... ... das hier herstellen. Kommen wir mal mit. Georg Rutz AG produziert vor allem Behälter für Transport und Lager. Wir produzieren nicht nur die bekannten RAKO-Behälter, sondern auch ganz viele kundenspezifische Teile. Mit Hilfe des Krans transportiere ich das Werkzeug Richtung Maschine und baue es ein, damit sie bereit für den weiteren Prozess ist. Das Granulat, das ihr am Anfang des Videos gesehen habt, wird durch die Leitungen des Silo zur Maschine befördert. Eine der wichtigsten Aufgaben des Kunststofftechnologen ist zu bemostern. Hier sehe ich, wie viel Kunststoff es braucht, um den Behälter zu füllen. Mir gefällt an meinem Bruder auf jeden Fall, dass ich in verschiedene Abteilungen hineinschauen kann und somit sehe, was es für unser Endprodukt alles braucht. Das ist übrigens auch ein Produkt von uns. Falls du Lust hast, erfahren, was wir sonst noch machen. Kommt doch vorbei zum Schnuppern. Danke, bitte. Untertitelung des ZDF, 2020